Wie oft bin ich gestorben? Wie oft habe ich gelitten? Wie oft hat mich dieses Spiel in die Verzweiflung getrieben? Wie oft wusste ich nicht mehr weiter? Doch nun bin ich bereit, es wieder zu versuchen. So, was geht meine Freundinnen? Willkommen zum nächsten Part von Incubo und ich hoffe euch hat das Intro gefallen, ist mir spontan eingefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch natürlich wieder freuen. Jawohl, wir sind stehen geblieben hier in diesem Spiegelsaal und ich bin überzeugt davon, dass wir vielleicht dieses Mal ein bisschen weniger sterben werden und ein bisschen zügiger vorankommen werden. Genau, also schauen wir doch mal, wo wir hier am besten... Ah, okay, okay, ich verstehe. Der Spiegel, tut mir leid, wenn ich hier so rumfusche, aber die Lautstärke passt für mich noch nicht ganz wirklich. So, der Spiegel zeigt einem anscheinend auch so ein bisschen an, wo man denn hin kann. Oh, das zum Thema weniger sterben, ne? Also, gerade nochmal. Also, wo war ich gewesen? Der Spiegel zeigt einem an, wo man so... Ich drück springen, ich schwöre, ich drück springen! Ich drück space! Bin ich am aufnehmen? Ja, leider. Nochmal, also. Oh, endlich! Oh, ist das verwirrend! Ich hoffe, das stimmt alles, so wie es ist. Da drauf. Jetzt kann ich hier runter. Treppe hoch. Aber ist auf jeden Fall cool gemacht, das muss ich echt sagen. So. Haben wir doch erstmal gut hingekriegt. Sehr schön, also, weiter geht's. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Okay. Danger, do not enter. Der böse Clown, der Angst vor Tomaten hat. Kommt da noch was? Nö. Also gut, weiter geht's. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Okay. Was haben wir hier? Ah, ich verstehe. Und ich nehme an, die kann man schieben oder so. Ah, so. Okay. Ähm, da ist noch so ein Geist gefangen. Ah, guck mal, da hinten sind Tomaten. Okay. Das heißt, wir müssen... Ah, wir müssen die Tomate auf den Clown irgendwie werfen. Ja gut, ist ja easy eigentlich, oder? So können wir das Skelett... äh, das Skelett sage ich schon. Ähm, den Zombie austricksen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Und ich nehme an, ganz rechts da hinten... ...lösen wir das Ganze dann auf. Beziehungsweise, ähm, lassen die Tomate auf den runterfallen. Äh, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ah, wir müssen... Ah, guck mal auf dem Bild. Wir müssen zwei Tomaten nehmen. Äh, wow, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Shit. Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Oh. Das heißt, wir müssen den... Ah, wir brauchen dafür sicher irgendwie die Kiste. Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Die brauchen wir jetzt. Gut. Ähm, lass mal gucken. Ah, guck mal, das bleibt sogar betätigt, wenn man die Kiste drauf stehen lässt. Ähm... Ich probiere das jetzt einfach mal so. Boah, man kann ganz knapp über den Zombie drüber springen. Boah, war das knapp. Okay, das scheint zu funktionieren. Warte, ich muss kurz überlegen. So, der Geist den triggert, sobald ich bei der Leiter bin. Okay, das heißt, ich lasse die Tomate jetzt runterfallen. Die Schnüre hier, die brauche ich. Also, ich probiere es jetzt einfach mal. So. Genau. Haben wir. Kann ich den so irgendwie austricksen? Nein, nein, nein. Uh, das war knapp. Okay, 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 okay. Okay, 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 schnell. Nein, das brauche ich nicht. Ah, ich hätte es schaffen können. Komm, 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 komm. Reicht nicht, ich bin zu langsam. Nochmal. Nein, hat nicht gereicht. Scheiße, was mache ich? Okay, warte schnell. Los. Oh, okay, 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 okay. Und jetzt noch ein bisschen? So, jetzt ist hier drüben. Jetzt muss ich warten, bis der kommt. Jetzt muss ich warten, bis der kommt. Jetzt muss ich warten, bis der kommt. So. Passt jetzt nicht da drauf. Oh, ich schaff das. Ich schaff das. Bitte reichen zwei, bitte nicht drei. Habe ich es geschafft? Jawoll. Jawoll. Okay, okay, weiter geht's. Oh, also jetzt war ich echt gut gewesen. Jetzt war ich echt gut gewesen, glaube ich. Okay, wo sind wir hier? Man kann ja auch die Augen zuhalten, ne? Das wird sicher gleich kommen. Ob das seine Eltern sind, die da liegen? Was ist das? Wieso bin ich so traurig? Er kann sich anscheinend echt an gar nichts mehr erinnern. Warte mal. Ich gebe ihm auch nochmal sicher. Nicht, dass da irgendwie jetzt so eine Schlucht oder so ist. Nee. Ist das denn sein Zuhause hier? Wir werden sicher einiges herausfinden hier in dem Haus. Die Frage ist nur, ob es was Gutes oder Schlechtes sein wird. Mama, Papa? Also, Vater hat getrunken. Da oben war was. Habt ihr es gesehen? Beim Kamin oben. Und da leuchtet irgendwas Rotes. Äh, nein! Wir müssen das wahrscheinlich triggern und dann wieder zurücklaufen. Warte, ich will nochmal gucken, ob wir jetzt eben gerade, ob ich da irgendwas weggedrückt habe eben. Weil da stand, wählen sie eine Seite. Warte, bitte. Au! Oh, nein! Ich weiß, was wir hier machen müssen. Wir müssen uns jetzt zwischen der Mutter und dem Vater entscheiden. Oh, das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Wartet mal. Kann ich da oben was auslösen? Was ist das hier? Ah, okay. Nein, nein, nein! Ah! Leute, ich habe nicht nachgedacht. Manchmal bin ich einfach zu schnell mit den Fingern. Knappe Sache. So. Habt ihr es jetzt gesehen? Beim Kamin da oben. Da läuft tatsächlich irgendwas. So. Das Rad auslösen. Kann man da runter? Ja. Relativ safe. So. Da passiert nichts. Ja. Ist ja eine super Bruchbude hier. Guck mal, da oben ist ein Ausrufezeichen. Von irgendeinem Gesicht oder so. Hopp. 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 Wehe, es kommt nicht irgendwas erschöpft. Run. Oh. Okay, 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 okay. Jo, wo soll ich denn? Als ob. Komm. Wenn ich einmal stehen geblieben wäre, wäre ich tot gewesen, glaube ich. Aber nicht mit mir. Ich habe es am Anfang vom Intro gesagt. Diesmal bin ich bereit. Leute, das schaffen wir. Ich werde keine fünfmal... Bin ich schon fünfmal gestorben? Scheiße, ich weiß nicht. Ich werde keine zehnmal in diesem Spiel sterben. In diesem Part. Nicht in diesem Spiel. Das wäre ja übertrieben. Ich glaube, wir sind bei drei oder vier sind wir jetzt. Ähm. Achso. Ja, ich hoffe, dass hier nicht... Oh. Da ist irgendwas hinter uns. Sicher ein Scheißhai oder irgend sowas. Nee, oder? Mach, 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 mach. Raus! Raus! Paar. Nochmal. Also, weiter geht's. Nichts passiert. Ist ja eigentlich ganz... Oh, die kennen wir. Müssen wir die Luft anhalten. Die stinken wahrscheinlich so sehr. So, nochmal. Ah, das sind mehrere. Okay, dann laufen wir gar nicht mal so verkehrt. Oh, das ist gemein. Warte, ich muss stehen bleiben. Einen gewissen Abstand darf ich ja haben. Reicht das? Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Noch nicht, noch nicht. Loslaufen, bitte. Gib mir noch ein bisschen, gib mir noch ein bisschen. Jetzt. Nein, halt die Luft an. Oh, er kann nicht mehr. Los, los, los. Oh, shit. Okay. Ah, ich konnte gar nicht drücken, weil er erstmal Luft holen musste, natürlich. Ei, 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 ei. So. So, sind wir auf dem Schulgelände wahrscheinlich. Oder Sport, ja, Schulgelände wahrscheinlich eher. Hat er wieder Erinnerungen, ne? Aber jetzt ist es wieder ein Mädchen. Ich frag mich echt, was das soll. Ah, nee, da, der Junge. Was? Okay. Was ist? Nein, 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 da darf ich nicht drauf. Wie oft bin ich gestorben? Ich weiß nicht. Fünfmal? Viermal? Sagen wir viermal. Und ich hab gesagt, diesen Part keine zehnmal sterben. Dann müssen wir wahrscheinlich hier oben über das Brett gehen. Warte, stand was? Verdammt, ich war zu schnell. Drücke was? Drücke ab, um nach innen zu... Ah, das System ist gesperrt. Also ich kann in die Räume irgendwo rein. Da kann ich rein. Okay, ich muss eins in die Räume jetzt durchsuchen wahrscheinlich. Oh, als ob. Ah ja, einfach so durchlöchert von Linealen. Jetzt! Oh! Nein, Mann! Kann doch gar nicht sein. Da liegt irgendwas. Guck mal, da ganz rechts. Ich muss warten, bis der anfängt zu schreiben. Warte noch, warte noch. Nein! Noch hab ich nicht verloren. Noch hab ich nicht verloren. Diesmal weiß ich's. Nein! Woher weiß ich denn, wann der aufhört zu schreiben und wann nicht? Kannst du mir doch nicht sagen, dass ich mir das auswendig hier merken muss. Puh, ich reg mich langsam richtig auf. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. Einfach mal warten. Einfach mal warten, bis der wieder zurückgeht. Nein, reicht immer noch nicht. Mann, ist ja gut, komm! Ja, jetzt wird's dann langsam gehen. Beim nächsten Mal jetzt. Jetzt! Nein! Da hätte ich's schaffen können. Da hätte ich's schaffen können grad eben. Oh. Oder reicht das? Das reicht nicht, oder? Jetzt! Oh, das reicht sogar, guckt mal! Jetzt muss ich das Ding aber holen, gell? Plus. Oh, ich muss auch wieder zurück. Sag mir nicht, dass ich wieder zurück... Hat das jetzt gereicht? Hab ich das getriggert? Oh mein Gott! Los! Perfekt! Der hat mich noch gesehen gehabt, guck mal! Okay, ich tue grad ein bisschen übertreiben, tut mir leid. Oh, wir müssen alle drei aktivieren. Oh, ist grad ein bisschen dunkel, gell? Merke ich hier. Nein, scheißegal. Ist mega dunkel geworden, grad während der Aufnahme. Was ist... Da ist wieder dieses Vieh! Hä? Warte, 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 warte! Geh weg! Geh weg! Das war keine Absicht! Och, nö! Was ist denn das, ey? Was sind denn das für Lehrer? Erinnert mich an meine Grundschulzeit. Ah, wir müssen die Kiste da rüberschieben. Wir müssen schnell machen. Nein! Ich hab gesagt schnell! Okay, Leute, das mit dem Thema, ähm... Okay, ihr habt gewonnen. So. Los! Nein, ich will doch... Mann, was mach ich denn? Ich will doch nur da hochspringen und dann da rüber und dann da rüber und... Ich glaub, ich kann nicht verhindern, dass mich das Vieh sieht. Das ist klar. Aber ich muss warten, bis die Haare... Mann, wieso... Nein! Üh! Als ob... Üh! Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nicht mit mir! Oh, oh. Oh, jetzt muss ich schnell machen. Oh, verdammt! Oh, wir müssen aber auch wieder zurück, Leute. Nichts da! Ah, ich hätte es ganz rechts kommen lassen müssen. Okay, ich versteh's. Oh, cool. Ist halt gespeichert. Hä, da ist so ein kleines Schiffchen. Wo ist denn das Vieh? Ja, easy. Kann ich da drauf? Go, go, go. Go, go, go. Als ob. Ja, ist gut. Wir haben's verstanden. Wir haben's verstanden. Wir haben's verstanden! Wir haben's verstanden! Oh! Was hab ich denn jetzt gedrückt, dass es nicht gegangen ist? Wow, war das knapp. Okay, zwei von drei. Haben wir erledigt. Ich hab doch den Schalter aktiviert. Ja. Und jetzt das letzte Rätsel. Was ist das? Es ist versperrt. Okay. Aber... Where's the key? Ja, weiß ich nicht. Where is it? Oh nein, hier kann man sterben, oder? Guck mal, da ist ein Ausrufezeichen da oben. Das ist Gefahr. Ähm... Komm ich da durch? Ah, guck mal. Da ist der Schlüssel. Tjo, mein geschultem Auge entgeht halt gar nichts. Der oben, die meint, die kann sich... Oh, da sind Spenzen im Spiegel. Oh, heute bin ich... Ja, hat gestummen. Super. Jetzt setzen wir den Schlüssel für die letzte Tür ein. Vorletzte Tür. Der müsste hier passen? Jawohl. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schwerer als die anderen. Was ist das? Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Alles gut. Ja, ist schon ganz schön dunkel, die Kamera. Tut mir leid. Jetzt im Nachhinein. Bringt das jetzt auch nichts mehr zu verändern. Passiert da überhaupt was? Oh nein, da passiert was, ja. Was ist das? Hallo? What the fuck? Lass mich einfach laufen. Nein, der kommt mich erschrecken. 100 pro. Egal, wir haben es geschafft. Scheißegal. Da kann nichts mehr passieren. Oder? Oder? Ich bin noch geprägt von diesem Skelettkopf im letzten Part. Als ob. Oh ne, wir sind tot. Juhi. Okay. Leute, nee, wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ich werde den Part an dieser Stelle jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Blick von euch freuen. Und, ähm, genau. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Euer Nier und ciao. Euer Nier und ciao.